Ein Traum wurde wahr. Jacqueline Lerling hat den Heimweltcup hier in Winterberg souverän gewonnen, zwei super Läufe hingelegt und damit den fünften Platz aus Sigulda vergessen gemacht. Für mich heute ein perfekter Tag. Ich bin super zufrieden. Mega Stimmung an der Bahn, dass so viele gekommen sind. Hat mich natürlich noch mehr angesprochen. Ich bin einfach nur glücklich. Ich konnte heute alles abrufen. Gerade nach letzter Woche, nach dem verpatzten Start in Sigulda, war es jetzt immer gut. Ich bin heute statt Bestzeit gelaufen, habe zwei solide, sehr gute Läufe runtergebracht und ja, alles super. Ich bin heute nicht! Ich wollte auf jeden Fall zeigen, dass ich es kann. Ich war eigentlich letzte Woche auch gar nicht so unzufrieden. Viele waren das, glaube ich, mehr als ich, hätten anderes erwartet und dann war es die richtige Antwort. Für mich war es wichtig, dass ich heute zeige, was ich kann. Ein Eindruck hier von den Fans. Tolle Sache zu unterstützen, oder? Ja, mega. Der absolute Wahnsinn. Ich bin super glücklich. Jetzt will ich getragen werden, oben in die Bahn am Start, wenn so viele da sind, mich anfeuern. Und ja, unglaublich. Kleiner Ausblick auf den nächsten Weltcup. Es geht ja nahtlos weiter. Da geht man dann schon mit vollem Selbstvertrauen rein, oder? Ja, auf jeden Fall mit mehr als diese Woche wahrscheinlich. Altenberg ist auch eine unserer Heimbahn. Ich freue mich auf Altenberg und hoffe, dass ich so weitermachen kann, wie ich heute aufgehört habe. So, jetzt habe ich hier zwei Fans von der Chaka Lerling. Ja, richtig. Warum seid ihr hier? Wo kommt ihr her? Und macht das Spaß hier? Wir sind hier, weil wir die Chaka verehren und weil wir aus Brachbach kommen und weil alle Brachbacher bei allen Festivitäten immer zusammenhalten. Das haben wir schon mitgekommen. Ich habe ein Bild bekommen. Nach der Silbermedaille war ja richtig Horscheimdorf, ne? Ja, das stimmt. Ja, war schon alles in Aufruhr, ja. Brachbach ist der geilste Club der Welt. Bleibt ihr hier heute oder fahrt ihr nach Hause? Nein, wir haben einen Fahrer engagiert. Wir fahren jetzt nach Hause. In das warme nehme ich an. Genau, genau. Alles klar, gut. Dankeschön. Jacqueline Lerling! Vielen Dank. Vielen Dank.